Liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche, die ihr es noch werden wollt, ich freue mich heute, dass ich mit euch die Normalverteilung-Dichte-Funktion beschreiben kann. Dieses Thema ist von großem Interesse und wird ganz viel in der Mathematik verwendet und auch in anderen Wissenschaften kommen wir nicht um die Normalverteilung und die Dichte-Funktion herum. Die Dichte-Funktion vieler stetiger Zufallsvariablen kann durch eine symmetrische, glockenformige Kurve mit der Gleichung f von x ist 1 durch Sigma mal Wurzel aus 2pi mal e hoch minus 1 halbes mal x minus µ durch Sigma zum Quadrat beschrieben werden. Ihr seht hier diese Glockenkurve und daneben die Funktionsgleichung. Ganz oft wird dies abgekürzt durch n und dann µ Sigma. Das heißt, wenn wir wissen, unser µ ist 2 und unser Sigma 3, dann schreiben wir hier n 2 3 hin und jeder weiß, aha, das ist eine Normalverteilung mit µ, also dem Erwartungswert 2 und Sigma 3, also der Standardabweichung 3. Und es gibt dann immer so eine Glockenkurve. Diese Glockenkurve, die ich hier aufgezeichnet habe, hat eben µ 0 und Sigma 1. Das ist dann im späteren noch eine ganz besondere Normalverteilung. Aber wir sehen hier also µ, unser Erwartungswert, ist der Hochpunkt Sigma. Bei µ minus Sigma und µ plus Sigma haben wir hier unsere Wendepunkte. Also der Graph der Funktion heißt Gauss's Glockenkurve nach Karl Friedrich Gauss, einem ganz wichtigen Mathematiker. Die Funktion hängt von den Parametern µ und Sigma ab. Jeder Gausch und Glockenkurve kann man aus Symmetriegründen, also immer das Maximum, kann man bei jeder Funktion, bei jeder Funktion das Maximum bei µ ablesen und die Wendepunkte bei µ minus Sigma und µ plus Sigma. Das gilt immer. Lässt sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariable x durch eine Gauss's Glockenkurve mit den Parametern µ und Sigma beschreiben. So wird die Zufallsvariable x normal verteilt, mit den Parametern µ und Sigma genannt. Und wir können sie ebenso mit diesem n µ Sigma abkürzen. Eine Normalverteilung kann man erwarten, wenn sich ein Merkmal aus einer Summe vieler Einflussgrößen ergibt, von denen keine dominierend ist. Diese Einflüsse addieren sich zu Merkmalswerten, die sich um einen mittleren Wert häufen und deren Häufigkeit zu den Rändern hin abnimmt. Wurde also ein Experiment gemacht, bei dem die Zufallsvariable x einen bestimmten Wert x1 angenommen hat, so wird x1 eine Realisierung von x genannt. Und dazu gibt es auch bestimmte Regeln, die immer gelten, diese Sigma-Regeln. Und hier ist es so, dass eben wenn ihr hier auf der rechten Seite diese Glockenkurve ansieht, in blau, dann können wir erkennen, dass eine große Anzahl von Realisierungen einer normal verteilten Zufallsvariable x, dass bei ganz, ganz vielen Versuchen, vielen Realisierungen ungefähr 68,2% in einem Bereich von µ- Sigma bis µ- Sigma liegen. Hier sagt man ungefähr zwei Drittel ganz oft auch liegen in diesem Bereich von µ- Sigma bis µ- Sigma. Fast alle liegen in diesem Bereich Bereich von µ- 2 Sigma bis µ- 2 Sigma. Ungefähr 95,5% liegen hier. Und 99,7% liegen im Bereich von µ- 3 Sigma bis µ- 3 Sigma. Also das sind die Werte, die wir uns merken müssen. Hier kann es bei der Kommastelle zu Differenzen geben, wegen Rundungsunterschiede eventuell. Aber das sollten wir eben im Kopf behalten. Ungefähr zwei Drittel liegen in diesem Intervall von µ- Sigma bis µ- Sigma. Fast alle, also 95,45% liegen im Bereich µ- 2 Sigma bis µ- 2 Sigma. Und eben 99,7% liegen im Bereich µ- 3 Sigma bis µ- 3 Sigma. Wenn wir hier wieder ein Beispiel machen, ich habe euch hier ein Beispiel aufgeschrieben. Bei einer Abpackung von Mais in Dosen ist die Menge annähernd normal verteilt. Mit µ- ist 250 Gramm und Sigma 1,5 Gramm. Das heißt also, wir erwarten uns, dass 250 Gramm Mais in der Dose ist mit einer Abweichung von 1,5 Gramm. Schätze die gesuchte Wahrscheinlichkeit und ermittle sie mit einem elektronischen Tool genau. Dann ist das so, also wir schätzen jetzt, ich mache euch hier eine Zeichnung. Also es wird wieder so eine Gauss-Glockenkurve. Der Hochpunkt ist praktisch bei unserem 250, weil hier haben wir ja das µ. Und es, wir wissen, es streut praktisch, unsere Standardabweichung ist 1,5. Also in einem Bereich, ja, ungefähr, haben wir also praktisch bei 251,5 und bei 248,5. Hier haben wir diesen Bereich, da µ- µ- Sigma bis µ- Sigma. Jetzt müssen wir uns überlegen, diese Zahl 254, wie können wir das mit µ und Sigma zusammensetzen? Also das wäre 250 plus 4,5. Also 250 plus 3 mal 1,5. Wir wären also im Bereich µ- 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 3- Sigma. µ- µ- 3- Sigma, sagen wir hier, ist 254 µ- µ- 3- Sigma. Wir wissen, dieser Bereich, µ- µ- 3- Sigma bis µ- 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 3- Sigma, in diesem Bereich liegen 99,7%. Das heißt, außerhalb dieses Bereiches liegen noch 0,3%. Also liegen auf dieser Seite 0,15% und auf dieser Seite 0,15%. Das heißt, also wenn wir uns das jetzt aufschreiben, wir suchen, also wenn wir uns das jetzt aufschreiben, wir suchen P von x ist größer als µ- µ- 3- Sigma. Das heißt, wir suchen genau diesen Bereich hier. x ist größer als µ- µ- 3- Sigma, ist praktisch das, was hier weiß bleibt. Also 0,15% ist unsere Schätzung. Jetzt können wir das natürlich auch mit unserem Taschenrechner genau berechnen. Wir haben ja gehört, dass es sich hier um eine Funktion handelt. mit f von x ist 1 durch Sigma, also 1,5 mal Wurzel aus 2π mal e hoch minus 1 halbes mal x minus µ, also 250, durch Sigma, also 1,5 zum Quadrat. Also können wir auch bei der Berechnung das Integral berechnen, also Integral von f von x von dieser Funktion und zwar von 254,5 bis unendlich dx. Und wenn ihr das in eurem Taschenrechner eingibt, dann erhaltet ihr 0,001349, also ungefähr 0,1349%. Und somit sehen wir, unsere Schätzung war gar nicht so falsch. Wir können das auch im Taschenrechner noch einfacher machen. Euer Taschenrechner hat, also unser Casio Classbed zumindest, bei unserem Casio Classbed, können wir auf Interaktiv gehen und hier Verteilungsfunktion wählen. Die Normalverteilung ist eine fortlaufende Verteilungsfunktion, eine stetige. Und dann auf Norm, also Normalverteilung, in diesem Fall cdf und wir geben ein als untere Schranke 254,5. Also euer Taschenrechner, der Casio Classbed 2, hat diese Funktion schon einprogrammiert und ihr müsst ihm nur noch die Werte dazu angeben. Also hier bei Norm cdf ist das schon hinterlegt. Und ihr gebt als unteren Wert praktisch die untere Schranke an, dann als obere Schranke unendlich und als nächstes Sigma 1,5 und µ 250 und ihr erhaltet auch sofort das Ergebnis 0,001349. Ihr seht, es ist ganz egal, wahrscheinlich ist diese Variante für euch die günstigere. Wenn wir jetzt die zweite Aufgabe uns überlegen, also b von x ist kleiner als 247, wann ist die Wahrscheinlichkeit klein? Also wir müssen die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass wir weniger als 247 Gramm Mais in den Dosen haben. Dann machen wir wieder eine Schätzung, also wir haben hier wieder unsere Gausche Glockenkurve. Wir sind also vor unserem µ 247. Müssen wir wieder überlegen, ist 250 minus 3, also 250 minus 2 mal 1,5. Wir sind also in dem Bereich 2 µ, also µ, nicht 2 µ, µ minus 2 Sigma. Hier wäre µ plus 2 Sigma. Dieser Bereich, haben wir gesagt, ist 95,5 Prozent. Das heißt, links und rechts davon bleiben uns noch ungefähr 2,2 Prozent, 2,25 Prozent eigentlich und hier auch 2,25 Prozent. Das heißt, wenn ich nur diesen Teil will, kann ich jetzt abschätzen, dass hier ungefähr, also das p von x ist kleiner als µ minus 2 Sigma ist 2,25 Prozent. Und bei der Berechnung mache ich es wieder am besten mit dem Casio-Classberg gleich wie oben. Norm CDF. Ihr geht also wieder auf interaktiv, Verteilungsfunktion fortlaufend, Norm CDF. Und in diesem Fall müssen wir sagen, unsere untere Schranke ist minus unendlich. Die obere Schranke ist in diesem Fall, wir möchten ja diesen weißen Teil hier ausrechnen, 247. Sigma ist wieder 1,5 und µ natürlich 250. Und wenn ihr das alles in den Taschenrechner eingegeben habt, kommt ihr auf 0,0228, also ungefähr 2,28 Prozent. Und wir sehen, wir sind wieder relativ gut mit der Schätzung dabei gelegen. Jetzt noch das Letzte. Also wir möchten jetzt wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, die Gegenwahrscheinlichkeit von µ minus Sigma bis µ plus Sigma. Und da wir wissen, hier wieder die Glockenkurve, da ist das µ. Hier haben wir µ minus Sigma und µ plus Sigma. Und wir wissen, in diesem Teil sind ungefähr 68,3 Prozent ungefähr. Also 1 minus 0,683 gibt dann 0,317, also 31,7 Prozent. 31,7 Prozent bleiben hier weiß. Und wir haben, Achtung, hier das Weiße gesucht. 1 minus dieses an, diese Strichlierte. Wenn wir das exakt berechnen wollen, mit dem Taschenrechner, dann machen wir das in dem Fall, indem wir sagen 1 minus und dann wieder interaktiv, das ist eine Verteilungsfunktion fortlaufend, Norm CDF. Und unser µ minus Sigma wäre 250 minus Sigma, also 248,5. Die obere Schranke 250 plus Sigma, also 251,5. Sigma ist 1,5 und µ ist 250. Und wir erhalten hier beim Taschenrechner 0,3173, also 31,73 Prozent. Und wir sehen, hier liegen wir genau richtig mit unserer Schätzung. Also bitte passt auf, wenn Schätzungen gefragt sind, müsst ihr hier mit den Sigma-Regeln arbeiten und euch selber überlegen, überschlagsmäßig, wo könnte das sein. Wir können hier aber nur in Bereichen irgendwo mit µ minus Sigma, µ plus 2 Sigma, irgendeinem Vielfachen von Sigma, Abweichungen mit Vielfachen von Sigma rechnen. Exakt können wir immer mit dem Taschenrechner alles nachrechnen. Ja, soviel zum Thema Sigma-Regeln, Normalverteilung. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und eure Freude für die Normalverteilung wecken. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch mit anderen mathematischen Videos zur Seite stehen könnte. Das nächste ist zum Rechnen mit Normalverteilungen. Inzwischen, ciao und auf Wiedersehen, eure Mathematiktrainerin.